In diesem Video-Podcast bekommst du einen Einblick in die Funktionsweise des Gehirns. Das gibt meiner Meinung nach wichtige Anregungen für das Arbeiten mit Menschen und natürlich auch für dich selbst. Meine heutige Buchempfehlung ist das 2004 erschienene Buch von Klaus Grave, Neuropsychotherapie. Mein Name ist Gertrud Schröder, auch Long Ping, der friedliche Drache genannt. Neurons that fire together, wire together. Das heißt, Neuronen, die zusammenwirken, verknüpfen sich. Das wusste schon 1949 der amerikanische Psychologe Hepp. Ein paar beeindruckende Fakten. Das menschliche Gehirn hat nach heutigem Wissensstand etwa 100 Milliarden Neuronen von den Gliazellen, die noch nicht genauestens erforscht sind. Gibt es nochmals 10 bis 50 Mal so viel. Jedes Neuron ist mit anderen Neuronen verbunden und zwar mit bis zu 10.000 Synapsen. Das heißt, wir haben Trillionen synaptischer Verbindungen in unserem Kopf. Und jede Nervenzelle erhält in ihrem Kern das gesamte Erbgut des jeweiligen Menschen. Und tatsächlich kennt jedes Neuron seinen Platz und weiß, was es zu tun gibt. Fast unglaublich vorzustellen. Die Basis jeden Denkens, Fühlens und Handelns sind bestimmte neuronale Erregungsmuster. Zwischen unserem Verhalten und Erleben und den neuronalen Strukturen, Verbindungen und Prozessen in unserem Gehirn besteht also ein enger Zusammenhang. Daraus ergeben sich Erkenntnisse für das Verständnis menschlichen Verhaltens. Psychische Prozesse werden durch das Begreifen der Funktionsweise des Gehirns als Organ erklärbar. Unser Gehirn ist ein Meister im Erzeugen von Mustern und ist ständig gefordert, bestimmte Reize zu verarbeiten, zu aktivieren und andere wiederum aktiv zu hemmen. Eine Hauptfunktion des Thalamus, welcher den größten Teil des Zwischenhirns ausmacht, ist die Bewertung eingehender Signale. Er ist wie eine Schaltzentrale mit fast allen Hirnarealen verbunden. Viele neuronale Prozesse laufen gleichzeitig und unbewusst ab. Auch nichtbewusste Wahrnehmungen haben Auswirkungen auf unser Verhalten. Aktive Hemmprozesse sind für ein zielgerichtetes, geordnetes Handeln notwendig. Dabei spielen Aufmerksamkeit und Willenskraft eine Rolle. Das heißt, es liegt in unserer eigenen Verantwortung, die Handlungshoheit für unser Handeln zu pflegen. Für einen Lernprozess bedeutet dies, dass Veränderung möglich ist, wenn ein Reiz stark und lang genug gesetzt wird. Der Schwerpunkt muss auf der Herausbildung neuer Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen liegen. Nicht am Problem verhaftet, sondern sich für mögliche handlungsorientierte Alternativen öffnen. Diese Aktivierung neuer neuronaler Erregungsmuster muss oft wiederholt werden, damit sie sich stabilisieren und als neue Handlungsoption auch in Stresssituationen zur Verfügung steht. Das Schlüsselwort, das Zauberwort ist Neuroplastizität. Das heißt also, das Gehirn wächst mit seinen Nutzungsbedingungen. Die neu etablierten Verhaltens- und Gedankensmuster sollten sich unter realen Lebensbedingungen im Alltag bewähren können. Immer den Möglichkeiten angepasst, also handlungsorientiert. Nochmals die Botschaft für alle Lernprozesse, was im Gehirn immer wieder gleichzeitig aktiviert wird, wächst zusammen. Negative Emotionen, Gedankengänge und zerstörerische Prozesse aktivieren das Vermeidungssystem. Erst im Erleben positiver Emotionen, konstruktiven, stärkenden Erfahrungen werden auch konstruktive, lebensbejahende, lebensfreundliche Änderungsprozesse möglich. Daraus ergeben sich Konsequenzen für den Umgang mit sich, für die Arbeit mit anderen in Lernprozessen, therapeutischem Arbeiten und für die Beziehungsgestaltung ganz allgemein. Die Persönlichkeit des Menschen besteht aus impliziten, d.h. unbewussten, und expliziten, d.h. bewussten Anteilen. Dies gilt für das Gedächtnis ebenso wie für Wahrnehmungen, auch für Lernen, alle Handlungen, die Emotionsregulation, die Motivation und unser Beziehungsverhalten gehört dazu. Hier einmal die Vor- und Nachteile unbewusster, impliziter Prozesse. Sie sind schnell und mühelos. Sie brauchen keine Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Man lernt langsam, man braucht viele Wiederholungen, d.h. man braucht Zeit. Zum Neulernen und Umlernen ist der Bewusste der explizite Funktionsmodus von Bedeutung. Die damit verbundenen Qualitäten sind die bewusste Reflexion, sprachliche Kommunikation, Planung, willentliche Kontrolle und das Aufrechterhalten von Zielen. Erkennen, benennen, wiederholen, durcharbeiten und integrieren. Zum Beispiel Konfrontation mit Angstsituationen im geschützten Raum. Die Basis dafür ist, eine entspannende Lernbereitschaft herzustellen. Für die Arbeit mit Menschen bedeutet das folgendes. Für ein Neulernen, Umlernen im expliziten Funktionsmodus spielen Motivation, Einsicht, Engagement des Gegenübers eine entscheidende Rolle. Wichtig dafür ist das entsprechende Setting, die Atmosphäre, d.h. das Einbeziehen des impliziten Funktionsmodus, also die Motivation und der emotionale Zustand. Eine erfolgreiche Begleitung führt zu dauerhaften strukturellen Veränderungen im Gehirn, dies wurde in klinischen Untersuchungen nachgewiesen. Ein Beispiel dafür, das genannt wird, sind auch die Untersuchungen von Spinnenphobie. Nach der Behandlung reagierte zwar die Amygdala weiterhin, doch im präfrontalen Kortex bildeten sich neue Schaltkreise, welche die Weiterleitung der Amygdala-Aktivität wirksam hemmten. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich selbst habe mich von meiner Spinnenphobie erlöst, indem ich ganz bewusst neue Gedankeninhalte verarbeitete. Das hat einen gewissen Entscheidungsprozess vorausgesetzt. Doch muss ich gestehen, dass es mir so gut gefällt, wie mein Mann die Spinne fängt und nach draußen bringt, dass ich meine Phobie gerne noch ein bisschen weiter pflege. Das Gehirn reagiert auf schädliche und förderliche Einflüsse mit großer Anpassungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Bei Nichtaktivierung werden bestimmte Verbindungen geschwächt, frei werdende Hirnareale werden für andere Zwecke genutzt. Umgekehrt führen Einflüsse, die sich oft wiederholen, durch die Warnung neuer Verschaltungen zu Änderungen, die bei entsprechender Nutzung mit der Zeit automatisch ablaufen. Neue Strukturen können dann die Grundlage für dauerhaft verändertes Verhalten und Erleben sein. So führt zum Beispiel das Üben einer einfachen motorischen Aufgabe über 20 bis 30 Minuten pro Tag erst nach drei Wochen zu einer nachweisbaren Veränderung der Hirnaktivität. Die neuronale Plastizität, d.h. die Formbarkeit des Gehirns durch Stimulierung oder Deaktivierung bestimmter Hirnareale macht Lernen und Weiterentwicklung möglich. Die Konsequenz sind für jeden Wachstums- und Reifungsprozess von grundlegender Bedeutung, denn sie machen die Zusammenhänge und Veränderungen im Gehirn deutlich. Aus kleinen Trampelpfaden werden groß und breit angelegte Pfade durch die Praxis. Diesmal noch ein Wink an alle, die mit mir in Bewegung arbeiten und lernen. In weiteren Podcasts erfährst du mehr über die Stresschemie sowie die sogenannten vier Hirnebenen.